Hallo und herzlich willkommen zum Chartcheck für die US-Indizes, S&P 500, Dow Jones und Nasdaq. Und ja, der Pain-Trade vor allem beim Nasdaq wurde weiter getrieben. S&P und Nasdaq jetzt mit der besten Gewinnseil seit November 2021 in 8 Tagen 9% nach oben allein für den Nasdaq. Das ist schon ordentlich. Haben die Bullen jetzt den endlosen Lauf, ziehen sie durch mit der Jahresendräde oder haben die Bären nochmal eine Chance? Es bietet sich die Konsolidierung an und auch die Signale dafür werden immer deutlicher, dass es sogar größere Warnsignale im Markt gibt. Das hatte ich heute schon besprochen im Market-Briefing. Könnt ihr euch gerne nochmal anschauen. Das Video blende ich euch sehr gerne ein. Also wer Interesse hat auf das große Ganze. Wir gehen aber jetzt hinein in die Charttechnik und wir sind jetzt beim S&P 500. Im Wochen-Short ist das. Ja, der hat ja in der vergangenen Woche seine Squeeze-Bewegung gehabt und aktuell ein bisschen zurückhaltend. Immer noch grün und ja, die 4.400, das mittlere Bollinger-Band hier im Wochen-Short bzw. knapp 20 Punkte. Darüber nicht ganz haben wir schon den Abwärtstrend. Ist die nächste Widerstandszone, die jetzt noch ein bisschen offen ist. Ich glaube, es fehlen 10 Punkte. Holen wir die noch oder holen wir sie nicht? Das ist jetzt die Frage. Hier zumindest wird sich dann die Konsolidierung anbieten. Unterhalb, dann könnte man in größeren Schritten dann auch die 4.320 wieder anvisieren und darunter vielleicht sogar die 200-Tage-Liehen, die wir uns gleich nochmal anschauen wollen. Erst darunter, also wenn wir hier durchbrechen ungefähr, wird das wieder ernst für die Bullen. Bis dahin ist das natürlich ein sehr gutes Bild, was wir hier darstellen, was er dargestellt hat für die positive Saisonalität. Denn der Schwung nach oben, wenn man so stark nach oben zieht, die beste Woche des Jahres hat, ist das durchaus schon ein guter Impuls, den wir haben. Kommen wir direkt hier in diese Zone hier rüber, 4.000, 4.020, ja dann ist hier die Tür offen, dass man auch Stück für Stück Richtung 4.5 weiterlaufen kann. Vielleicht die ersten Verlaufshochs ansteuern. Aber es bietet sich zumindest hier eine Konsolidierung an. Momentan stehen wir noch knapp unterhalb, da hat sich die Dachlage nicht verändert. Hier auch hinein in den Tagesschart. Die Sachlage hier, gestern hatte ich es gesagt, ja für eine so eine richtig starke Jahresendrallye bräuchte man aber eigentlich auch eine gute Bodenbildungsformation. Und da wird diese Wörter eben ermöglicht werden durch die Konsolidierung. Hier stehen wir knapp unter 4.400. Unterhalb bietet sich eben die Konsolidierung an. Der Zwischenschritt, wenn das der erste Impuls ist, müsste eben die Zwischenkonsolidierung vielleicht als zweite Welle dann konsolidierend erfolgen. Und danach könnte man dann mit einer dritten Welle den Ausbruch wagen. Und dann hätten wir eben auch so eine Umkehrformation mit dieser Zwischenkonsolidierung gebastelt. Diese ISKS-Formation, die wäre dann im Hintergrund und könnte eben dann diese Bewegung in den Jahresendrallye stützen. Aber so ganz durchgezogen ohne Umkehrformation, das gefällt mir nicht. So ganz, also Umkehrformation gerne mitnehmen, gerne höher gestellte rechte Schulter, dass sie dann eben auch dem bullischen Willen unterstreicht. Und dafür hätten wir eben hier die GEP-Zone 4.023 als erste gute Anlaufzone. Wenn es eine ABC-Bewegung wäre, würde sich hier die ABC anbieten als erste Rücklauf. Und dann könnte man auch durchaus noch hier das Laufen und dann, ich glaube, das ist fast, schauen wir gleich im Detail. 38-2-Retresment wäre das von dieser Bewegung dann. Und die 200-Tage-Liege, aber auch das mittlere Boninger-Band kommt hier reingelaufen. Wir haben die nächste GEP-Zone hier. Das wäre dann eine gute Zielzone, dass wir dann hier die 4.280, 4.270 ansteuern könnten. Und auch die Chance, dass wir dann hier die ISKS-Formation haben. Die Bären müssen ganz klar hoffen, dass es irgendein Impuls kommt. Und man schießt hier direkt durch, verliert die 200-Tage-Liege und prallt dort ab. Dann ist hier alles wieder möglich. Darauf müssen die Bären noch. Die Bären brauchen den scharfen Abverkauf. Momentan sehen wir das nicht mehr im Ansatz. Aber die Konsolidierung steht zumindest im Raum, dass man hier mal hinein konsolidieren kann. Im Idealfall für die Umkehr-Formation. Gestern wurde im Trading-Shot von Micky auch gepostet, auch ein weiteres Warnsignal. Die Warnsignal-Marktbreite, habe ich heute so ein Market-Briefing schon angesprochen, dass das nicht so gut in einzelnen Sektoren, S&P 500, sogar vorjahrestief unterschritten. Das sieht man nicht in sauberen Bullenmärkten. Micky hat das Volumen angesprochen. Da gehen wir auch mal kurz hinein in den Future, dass das Volumen eine Differenz aufweist. Das ist absolut richtig so. Wir haben die Anstiegsbewegung hier. Das ist das S&P 500 Future. Und eben das Volumen seit der Anstiegsbewegung nach unten. Das ist jetzt nicht die große Stärke zu erkennen. Das ist definitiv ein Warnsignal. Und auch ein bisschen der Hinweis, ja, also die Bewegung ist ausgedehnt. Irgendwann verhungert sie und heißt aber nicht gleich, dass wir sowas hier sehen. Das heißt es eben nicht. Das ist für mich erstmal die Chance, dass wir hier trotzdem die Konsolidierung sehen und dann eben vielleicht auch die ISKS-Formation dann holen. Das Volumen ist definitiv ein Warnsignal, aber gerade das erste Bewegung auch noch nicht überzuinterpretieren. Hatten wir zum Beispiel vor einem Jahr, nee, hier zur KI-Rallye zum Beispiel, können wir mal hingucken. Da war es ja ganz ähnlich. Auch diese Anstiegsbewegung und das Volumen ging nach unten. Da ist die Bewegung am Ende verhungert. Aber es folgte jetzt nicht das Kollabieren, sondern es folgte die Konsolidierung, die wir hier hatten. Gleich konsolidiert und danach folgte eben die nächste Anstiegung. Dann zog dann auch das Volumen wieder an. Also die erste Bewegung ist gerne eben auch so ein bisschen durch Zweifel noch geprägt. Da hängt auch nicht immer das Volumen gleich dahinter. Das muss man noch nicht überinterpretieren. Als ganz großes Warnsignal, dass hier alles in sich kollabieren wird. Aber es ist der Hinweis, die Bewegung könnte am Hungerast hier erstmal sterben und die Konsolidierung steht an. Das war ein bisschen der Blick mal aufs Volumen hier im Future. Das von gestern, die Diskussion im Dashboard, könnt ihr gerne mit hineinkommen. Erster Link in der Videobeschreibung, Trading Chat. Von früh bis abends seid ihr informiert, weil das gestern ein Thema war. Bleiben wir jetzt hier aber im Kassahandel. Und ja, diese Bewegung meiner Meinung nach unterhalb der 4.4, 4.420 von mir aus auch noch, ist für mich die Konsolidierung in dem Bereich, im Reboundzone 200 Tage liegen. Auch wenn das momentan sich gar nicht andeutet, aber meistens kommt es dann aus dem Nichts, ist für mich das wahrscheinliche Szenario, was ich weiter hier verfolge. Brechen wir hier oben durch, ja dann haben wir eben den Mega-Paint-Tradger direkt am Laufen. Aber das Volumen, das deutlich rückläufige Volumen spricht ja auch schon eine kleine Warnung aus. Das Bild hier auch nochmal im Stundenschaden ist die starke Anstiegsbewegung, die wir hatten. Hier ist das 38-2-Retre mit der Bewegung auch nochmal eingezeichnet, jetzt aktuell bei 4.275. Das würde wunderbar passen, direkt an die 200-Tage-Linien ran. Hier diese mögliche ABC-Bewegung in die Gap-Zone, die wir haben, so wie ich es eigentlich in den Tagesschauern euch gerade gezeigt habe. Das würde halt sehr gut passen. Erste Bewegung hier runter, dann vielleicht eine kleine SKS-Formation untergeordnet hier eben mitnehmen, die dann in die Konsolidierungszielzone an den 200-Tage-Linien führen kann. Was die Bullen brauchen, das wiederhole mich, da brauchen wir am besten direkt Lauf in das Gap hier an der 4.250 und dann wieder runter. Das brauchen die Bullen, die brauchen Abgabedruck. Das, was wir jetzt sehen, so langsam, das ist beim DAX, das ist primär jetzt aktuell, das langsam runterlaufen. Das ist alles kein bärisches Bild, das ist eher die Konsolidierung der bullischen Bewegung. Also das hier halte ich weiter im Fokus, was auch auffällig ist. Diese Bewegung hier oben, wir keilen uns hier zunehmend ein. Auch das sieht man dann gerne zum Abschluss einer Bewegung. Wenn das Volumen geht hier raus, das haben wir ja gerade gesehen, und man keilt, die Bewegungen werden immer kleiner, man keilt sich ein. Das sieht man natürlich hier unten, kann man das genauso sehen. Eine Abschlussbewegung hatten wir ja auch alles besprochen. Das hatten wir damals alles besprochen, dass hier die Umkehren dann möglich wird. Und hier haben wir eben die Umgekehrten keilt. Er hat dann die Auflösung gebracht, jetzt keilen wir uns hier oben ein. Es deutet sich an, dass diese Bewegung müde wird. Das Volumen geht raus, kleine Bewegung, Einkeilung. Ja, es kann der erste Hinweis sein für die Konsolidierung. Und an der 4-4, es ist weiterhin das Szenario, was ich als wahrscheinlich sehe, dass wir hier zurücklaufen müssen. Wir gehen noch hinein in den Dow Jones. Da haben wir gestern gesagt, 34.250 die Ecke am mittleren Bollinger Band. Damit muss man noch rechnen, sind wir auch fast dran gewesen. Und daher bleibt die neutrale Range zur 32.800. Sind die 200 Tage, die sind aktiv. Darunter kann man mal weiter gucken Richtung, was habe ich gesagt? 33.800 natürlich. Darunter kann man mal konsolidieren in den Bereich der 33.500 hinein. Schaffen wir den Sprung über das mittlere Bollinger Band, dann kann hier der Pain-Trade sogar noch weiter ausgepackt werden. Da haben wir weitere 500 Punkte auf der Oberseite. Oberseite aber analog zum S&P 500 mit der 4.1. Es bietet sich in dieser Zone einfach jetzt das Auslaufen etwas an. Denn auch hier im Tagesshort nochmal diese starken Bewegungen, die wir hatten. Hier sind die 200-Tage-Linien, hier die knapp 34.250. 200-Tage-Linie knapp 33.8 mit dem Gap. Das ist die erste neutrale Zone, die wir hier durchlaufen könnten. Und auch hier vielleicht die Chance für die ABC zurück zum mittleren Bollinger Band, was hier angelaufen kommt. Zurück zu der Drennlinie, sind wir an der 33.5. Auch hier, dass auch wenn sich momentan keine Schwäche zu erkennen ist, es steht im Raum, dass es dann auch so nichts kommt. Und das ist weiterhin mein wahrscheinliches Szenario. Anstiegsbewegung konsolidiert im Idealfall im bullischen Muster. So eine ABC als Flacke Richtung mittleres Bollinger Band Richtung 33.5. Aktuell knapp wäre mein wahrscheinliches Szenario. Auch hier für den Dow Jones. Und er hätte dann ja auch möglicherweise die Chance, mit einer höhergestellten ISKS-Formation eine Grundlage für einen positiven Quartalsabschluss zu liefern. Kurz reingeschaut, auch noch mal reingeschaut in den Stunden-Short. Ja, sind meine Zeichnungen auch noch drin. Die starke Anstiegsbewegung, die hier auch etwas ermüdet. Ich hätte die ABC schon eingezeichnet, die ja direkt knapp an die 33.5 führen könnte. Und da wäre auch hier das 38.2. Da sieht man dieses Fibulefe, sieht man sehr gerne noch in Konsolidierung. Meistens dann nur bis dorthin, wenn es dann die Trendrichtung stark ist. Und die Trendrichtung von hier, also beste Woche des Jahres, das ist erstmal ein Signal für einen neuen Trend. Das ist dann diese und da bietet sich eben auch hier das 38.2 an. Das wäre, wie gesagt, die 33.8 hier im Dow Jones. Auch hier, naja, so leicht. Die Bewegung läuft doch irgendwie aus. Kann man vielleicht noch die Bewegung so 34.250 holen. Aber auch hier fällt es auf. Man versucht sich hier einzukallen. Daraus kann dann natürlich wieder auch eine kleine, ich hoffe, ihr erkennt das alles, so eine kleine SKS entstehen, so untergeordnet, die dann die Tür öffnet in die Konsolidierung hinein. Also 34.250 unterhalb Richtung 33.8 aktiv. Da kann die Konsolidierung zum 38.2 fortgesetzt werden. Da hat Nasdaq auch noch das Update und der schaut ja nun wirklich, das sah ja sowieso nicht schlecht aus. Wir wiederholen wir uns, der Nasdaq, kein Grund dort zu bearish zu sein. Immer wieder wiederholt und trotzdem sind die meisten dort immer bearish drin. Warum? Weil er vermutlich sehr gut gelaufen ist. 40% auf Jahressicht ist ja alles überhitzt, ist alles teuer, den shortig. Die stärksten Werte, shortig, genauso wie Tesla oder NVIDIA. Das machen leider sehr viele, anstatt sich eben die Schwächlinge herauszusuchen. Und der Nasdaq sah nicht bitter böse aus. Der hat jetzt sogar hier im Kassehandel verlässt da die Flacken-Formation. Hat jetzt das Oktober hoch erreicht. Das hat man gestern schon besprochen. Da habe ich hier drauf geschaut. Buckt euch mal an, wo die Wochenkerze auftritt. Direkt am mittleren Bonninger Band auf 15.050. Halten wir diesen Bereich. Dann ist das Oktober hoch bei 350 auch noch fällig. Und darüber müsste man sogar mit der 15.5 noch rechnen. Momentan halten wir diese Zone. Wir sind sogar wieder auf diesen Aufwärtstrend angekommen. Hier leicht blau zu sehen. Dort aufgesetzt. Halten wir die 15.000, 15.050. Dann ist hier die 3.50 nur die Zwischenzone vor den Hochpucken aus August. Dann ist der August dann fällig. 15.50 wäre dann zu nennen. Und wir haben diese große Ausbruchbewegung. Grundsätzlich sieht der Nasdaq in der Tat so aus, dass man die Jahreshochs in der positiven Saisonalität anlaufen kann. Aber auch hier der Zwischenschritt bietet sich schlicht und ergreifend an. Und der darf auch noch mal hier in die Formation hineinführen. Die ja auch hier, das hat Micky gestern auch noch mal reingepostet. Hier schauen wir noch mal in den Tagesshort kurz hinein. Da sind wir ja auf der flacken Oberkante hier im Kassahandel. Punkt genau. Ups, ein verdammtes Zeichen hier wieder rein. Punkt genau. Da sind wir an der Oberkante aufgesetzt, oberhalb reingekommen mit Aufwärtscap, dann zurückgelaufen und dort abgeprallt. Das haben wir ja im Kassahandel gesehen. Das sieht natürlich spitze aus. Das sollte man im Idealfall jetzt auch halten. Das sind jetzt knapp die 15.150 sind das im Tagesshort. Aber auch hier eben hat man ja die Future. Im Future ist es eben noch nicht so. Gehen wir kurz noch mal in die Future hinein. Wir haben ja gerade hier den S&P gehabt mit seinem Volumen, was natürlich auffällig ist. Hier im Future hat Micky gestern noch mal gepostet, ist das Bild ein bisschen anders. Es ist ein bisschen anders. Dort sind wir gestern erst an der Oberkante angekommen. Auch hier Rücklauf des Volumens. Wie gesagt, das muss man jetzt noch nicht überbewerten. Anstiegsbewegung, Volumen rückläufig. Heißt nicht, wir sehen jetzt das. Das heißt nicht, kann passieren natürlich, wenn wir so eine plötzliche Dynamik sehen. Ist aber nicht mein Hauptszenario. Aber es sieht danach aus, dass sich hier eben die Konsolidierung anbietet. Und im Future haben wir jetzt erst, im Gegensatz zum Kassahandel, haben wir jetzt erst die Oberkante erreicht und verteilt. Ich mag gucken, da ist natürlich viel Volumen drinnen im Future-Handel. Aber was man vielleicht, das war gestern auch die dritte Berührung auf der Oberseite. Im Kassahandel hatten wir, glaube ich, schon mehrere. Das befestigt dann mehr oder bestätigt dann mehr diese Marken. Mal gucken, letztendlich kommt es auf diese Bewegung jetzt an. Wie viele Berührungen hatten wir hier? 1, 2, 3, 4, 5. Und gestern der Abpraller, 6 Berührungen hatten wir hier sogar. Mal sehen. Also 15.150, erstes Support beim Nasdaq. Alles oberhalb sowieso direkt Bullish. Und dann 15.050, die wir im Wochen-Short gesehen haben. Das ist Supportzone. Alles oberhalb. Und wir haben eben die 3,50. Und im weiteren Schritt geht es weiter so 4,30. Und darüber haben wir eben die Verlaufshochs aus August, September an der 15.5 im Fokus. Also die Bergen müssen hier durchkommen. Rückläufe-Volumen ist sicherlich eine Warnung. Mal gucken. Also 150 als erste Supportzone. Brechen wir hier durch, könnten wir aber die knapp, die Gap-Zone hier 14.950. Und im weiteren Schritt hätten wir mit der 14.8 auch hier das mittlere Bonninger Band. Auch hier Wochen-Pivot. Auch hier die Gap-Zone. Hätten wir eine interessante Zielzone, wo man da mal hinkonsolidieren könnte. Das habe ich den Stift wieder weggemacht. Analog zum S&P, analog zum Nasdaq. Auch hier könnte man dann eine große Umkehr-Formation basteln. Ich würde gerne Umkehr-Formation sehen wollen als wichtiges Fundament dieser Rallye. Also momentan im Kassehandel probieren wir den Ausbruch. Im Future sind wir direkt angekommen. Volumen rückläufig. Vorbürstlich sind wir wieder leicht fester sogar. Mal gucken, wie wir jetzt reinkommen möchten. Die 15.000, 15.150 entscheidet. Auch hier nochmal in den Stündenschort hinein. Diese Bewegung hatte ich gestern schon eingezeichnet. Es war ein Mega-Impuls, den wir hier hatten. Und sicherlich kann man auch über die Zählung hier streiten. Aber es gab kaum größere Zwischenkonsolidierungen hier, die ich eingezeichnet habe. Mit der dritten, starken dritten, die passt vielleicht noch am besten. Das sind auch die größten Zwischenkonsolidierungen gewesen. Und dann wären wir hier eigentlich auch am Abschluss. Und ähnlich hatte ich es gestern schon eingezeichnet. Auch hier vielleicht die Chance, dann, wenn man da rücklaufen mag, kommt jetzt. Und auch die könnte man hier erstmal Richtung 15.50 laufen, das Wochentief und von dort nochmal abprallen. Und dann gegebenenfalls die Konsolidierung auch hier als ABC muss. Auch dann hätten wir eine SKS-Formation, die uns dann hier runterführen würde. Das könnte dann, kann man alles so reinpassen. Man kann ja die ABC erkennen, was bestätigt sich ja dann alles. Man hat ja die SKS-Formation nun untergeordnet. Wäre es dann vielleicht nur ein Keil oder eine Flagge, die dann sagt, ja, hier ist der Mast, hier winkt die Flagge oder der Keil. Und danach geht es weiter. Am 38.02.re Dresma. Das ist mein Hauptszenario, was ich hier weiter verfolgen werde. Und ja, das Auslaufen, das rückläufige Volumen dieser Zone im Future am Widerstand hier jetzt drüber. Aber das gibt es eben gerne auch mal kurz drüber gucken. Stop-Loss-Hunting und dann geht es zurück. Diese mögliche abgeschlossene fünfte Welle nach diesem sehr starken Impuls, nach diesen 9% am Stück, die man geholt hat. Ja, also das würde ich jetzt weiter verfolgen. Aber die 15.150 und 15.050 sind Marken. Wichtige Unterstützung kann man ansteuern, kann man nochmal Gegenwehr sehen. Und dann sehr gerne der Lauf Richtung 14.8, Richtung 38.02.re Dresma, Richtung mittleres Boninger Band im Daily. Das soll es gewesen sein mit dem kurzen Marktüberblick, ja, mit dem kurzen Short-Check für die US-Indizes. Gerne ist eure Meinung gefragt, Bullen-Power endlos oder kommt jetzt die Konsolidierung momentan im Future wieder fest unterwegs. Aber das, wie gesagt, es kommt am meisten aus dem Nichts. Es gibt diese Warnsignale mit dem Volumen, mit dem Einkeilen, fertige fünfte Welle. Es bietet sich an, dass hier jetzt diese Bewegung ausläuft und jetzt nicht kollabiert. Kann passieren. Wenn es kollabiert, dann bleibt ihr sofort informiert im Trading-Chat. Wenn die Bewegungen zu weit gehen, Trading-Chat kommt rein, tradingportal.net. Erster Link in der Videobeschreibung. Verpasst ihr sowieso nichts. Wenn irgendwas am Markt passiert, einfach in den Trading-Chat. Ihr bleibt informiert. Mein Hauptszenario ist aber erstmal eine Konsolidierung im bullischen Muster, um dann im Idealfall auch für die Jahresendradio, so kurios sie im Umfeld wäre, eine gute Umkehrformation mitzubringen. Das soll es gewesen sein. Wir sehen uns sehr gerne auf tradingportal.net. Kommt gut in die US-Opening-Bell hinein. Bis bald und tschüss.